Findet man mich auf Akinator? Das letzte Mal haben wir nur Tordi gefunden und heute wollen wir Shorty finden. Kennst du deine Figur persönlich? Also ich bin sie selber, also irgendwie auch nein. Ich hab was mit Videospielen zu tun? Zeigt sich deine Figur? Nein, ich zeig mich noch nicht. Spielst du Roblox? Nein. Hat deine Figur Teufelskräfte? Um Gottes Willen, was wollen die von mir? Ist deine Figur blau angezogen? Da kommen wir dem Braten doch schon näher. Hat deine Figur blonde Haare? Hab ich tatsächlich. Aber weißt du das? Ist deine Figur zur Zeit verheiratet? Nicht, dass ich wüsste. Hat deine Figur Hundeohren? Nein, um Gottes Willen. Ist deine Figur erwachsen? Also eigentlich schon, ja. Aber verhalten tue ich mich nicht so. Stammt deine Figur aus Asien? Nein, was wollen die von mir? Kann ich mich in Rabenfell wandeln? Nein, um Gottes Willen. Das wird immer schlimmer. Hat deine Figur in Croft Attack teilgenommen? Ne, leider noch nicht. Hat deine Figur ein Fell? Ja, endlich. Hat deine Figur etwas mit einem Spiel zu tun? Ja. Ist deine Figur ein Bär? Ja, das bin ich. Ist deine Figur ein Klon? Was soll das denn jetzt? Nur weil ich ein Zwilling bin. Aber ich glaube ja. Shorty, Nator. Ich werde verrückt.